Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Pempelfort. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 28 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 650 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017